Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Windows Area. In diesem Video zeige ich euch alle Neuerungen des Windows 10 Oktober Updates, aka Versionsnummer 1809. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, während im letzten Update die Neuerungen, naja, man konnte sie nicht so gut in den Arbeitsalltag einbauen. Da war zwar die Timeline, die eigentlich vom Grundgedanken her ziemlich cool ist, und die Neuerungen von Microsoft Edge waren wirklich auch hervorragend, allerdings hat das am Ende wirklich kaum jemand genutzt. Und in diesem Update sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn die Neuerungen kann man hier wirklich in seinen Arbeitsalltag einbringen, und ich glaube, dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Deswegen schaut das Video bis zum Ende, es lohnt sich wirklich. Aber bevor ich euch schon die Neuerungen zeigen kann, müssen wir nochmal drei obligatorische Dinge am Anfang des Videos abarbeiten. Also fangen wir direkt an mit Punkt 1. Falls ihr... Danke für die Benachrichtung. Falls du dich für Windows interessierst, und das machst du wahrscheinlich, weil sonst würdest du das Video nicht schauen, wäre es richtig cool von dir, wenn du unseren Kanal abonnieren würdest und natürlich auch das Video bewerten würdest. Denn auf unserem Kanal laden wir auch neue Videos zu den zukünftigen Updates hoch oder machen coole Geräte-Reviews oder auch Gaming-Reviews. Also falls du informiert bleiben möchtest, abonnier einfach, kostet nichts und geht schnell. Zweitens, falls das Update bereits erschienen ist, du es allerdings doch nicht bekommen hast, es wird wahrscheinlich so Anfang Oktober bis spätestens Mitte Oktober schon draußen sein, dann guck mal in die Videobeschreibung. Da habe ich mal vor zwei Jahren ein Video gemacht, wie ich euch zeige, wie man sofort upgraden kann mit einem Tool von Microsoft. Oder ich benutze einfach dieses neue YouTube-Infokarten-Feature. Somit werdet ihr das Video jetzt auch oben rechts sehen. Also klickt da mal drauf. Und drittens, ich zeige euch in diesem Video nur die wichtigsten Neuerungen. Also auch wirklich Neuerungen, die die breite Masse interessiert und die man gut zeigen kann. Falls ihr wirklich einen kompletten Change-Log sehen wollt, wo auch kleinere Details genannt werden, dann schaut auch in die Videobeschreibung. Denn da haben wir einen Artikel gemacht, wir haben alles übersichtlich für euch zusammengefasst und dann habt ihr den vollen Durchblick. Und dann starten wir doch einfach mal mit dem ersten Punkt. Das Dark Beam wurde erweitert. Zuallererst zeige ich, wie man das Dark Beam überhaupt aktivieren kann. Denn ich weiß, es gibt da draußen einige Leute, die nicht mal wissen, dass es einen seit Windows 10 gibt. Um ihn zu aktivieren, öffnen wir einmal die Einstellungen. Dort navigieren wir zu Personalisierung, Farben und scrollen hier ein wenig runter. Dort sehen wir direkt, wir können einen Haken auf Dunkel setzen. Und wir sehen direkt ein paar Neuerungen. Unten links, die Suchleiste ist nicht mehr weiß, sondern hellgrau oder einfach grau. Und die Einstellungen wurden direkt auch schwarz. Weitere vorinstallierte System-Apps, wie der Taschenrechner oder auch Alarm und Uhr sind jetzt auch eingefärbt. Außerdem, na gut, ist jetzt ein bisschen buggy hier. Neue Apps, die wir aus dem Microsoft Store heruntergeladen haben, werden auch in schwarz dargestellt. Allerdings alte Programme, die man beispielsweise aus dem Internet runterlädt. Oder auch im Windows Store gibt es jetzt beispielsweise Irrfin View. Das ist ein bisschen älter. Die achten nicht auf diese Einstellungen. Die bleiben weiterhin weiß. Und auch in Windows sind viele Punkte noch weiß. Wenn ich jetzt Paint öffne beispielsweise, es ist immer noch weiß. Und mit diesem Update ändert man das ein wenig, denn ein sehr wichtiger Punkt wird endlich eingefärbt. Ihr seht richtig, es gibt endlich einen schwarzen Windows Explorer. Das haben sich Nutzer seit langem gewünscht und endlich ist es da. Leider wurde es nicht perfekt gelöst. Wenn ich jetzt beispielsweise in die Dateieigenschaften gehe, sehe ich, dass das Pop-Up wieder weiß ist. Auch wenn ich eine Datei verschiebe, eine größere Datei, dann wird der Dialog auch weiß dargestellt. Das ist schade. Die werden das bestimmt im nächsten Update nachreichen. Ist natürlich blöd, wenn man so etwas Halbfertiges hat. Aber naja, ist ja auch Windows 10. Außerdem werden Kontextmenüs auch jetzt dunkel dargestellt. Nicht nur hier im Explorer, sondern auch auf dem Desktop. So, und das war es auch schon mit der ersten Neuerung. Und weiter geht's mit der Zwischenablage. Dazu befinden wir uns jetzt im legendären WordPad. Und ja, ihr kennt die Zwischenablage. Das ist einfach, ich schreibe einen Text und dann rechtsklick kann ich ihn kopieren oder ausschneiden und dann kann ich ihn wieder einfügen. Oder ich klicke STRG-C, STRG-V auf meiner Tastatur. Die wurde jetzt allerdings erweitert, die Zwischenablage, mit einem Verlauf. Und diesen erreiche ich, wenn ich die Tastenkombination Windows plus V drücke. So, und ihr seht, ich bin noch im Dark Beam, entsprechend ist das auch schwarz. Und so sieht das Ganze im weißen Design aus. Und es sind einfach Sachen, die ich vorhin kopiert habe. Vor fünf Tagen habe ich das hier kopiert, um 20 Uhr das. Und auch Bilder bis 4 MB können dort sein. Und ich weiß gerade nicht, wie viele Sachen da abgespeichert werden. Ich glaube, die letzten 10 oder die letzten 15. Wenn ich jetzt hier doppelklicke, werden die Sachen auch schon eingefügt. Ziemlich praktisch. Falls man mal etwas kopiert hat, aber dann muss man doch etwas anderes kopieren und möchte das nicht verlieren, dann ist das sehr praktisch. Außerdem kann man noch die Sachen hier anpinnen, wenn ich beispielsweise andauernd meine E-Mail irgendwo eingeben muss. Oder ich habe einen vordefinierten Text, den ich andauernd wiederholen möchte. Oder noch schlimmer, wenn ich jetzt beispielsweise einfach meine Chatbegrüßung nicht immer schreiben möchte, dann kann ich das hier einfach anpinnen. Dann wird das nicht verworfen, sondern einfach behalten. Es gibt dazu auch einen eigenen Punkt in den Einstellungen. Und hier sehen wir direkt, man kann das auch zwischen mehreren Geräten hinweg synchronisieren. Wenn ich jetzt beispielsweise etwas auf meinem Desktop-PC kopiere, dann landet dieser Inhalt auch auf meinem Laptop. In Windows gibt es aktuell echt viele Möglichkeiten, einen Screenshot zu erstellen. Da wäre einmal das altbekannte Snipping-Tool, womit man ja einen Bereich oder ein Fenster ausschneiden kann, dann kann man da Sachen markieren. Dann wäre natürlich die Drucktaste, die den ganzen Bildschirminhalt in die Zwischenablage, abstellt. Das gleiche ist Alt-Druck, nur dort macht man das mit einem bestimmten Fenster. Dann gibt es noch die Tastenkombination Windows und Druck, seit Windows 8. Die macht einfach einen Screenshot vom ganzen Bildschirminhalt und speichert ihn dann automatisch in unserem Bilderorten ab. Außerdem wäre da noch jetzt neue Windows, Shift und S. Damit können wir einen Bildschirminhalt schnell ausschneiden und das wird dann in unserer Zwischenablage auch abgespeichert. Und zuletzt für Tablet-Nutzer besonders interessant wäre der Windows-Ink-Arbeitsbereich. Da sind sechs ganze Möglichkeiten, um einen Screenshot zu erstellen. Alle haben ihre eigenen Vorzüge und Nachteile. Und in diesem Update gibt es ein neues Tool, welches allerdings zum Glück ein paar ältere auch ersetzt. Also Microsoft möchte jetzt wirklich die verschiedenen Möglichkeiten kombinieren und somit ein endlich zum ersten Mal in Windows wirklich brauchbares Screenshot-Tool zu erstellen. Und das Ganze ist eine neue App, die wir hier im Startmenü auffinden. Der Name ist leider noch nicht ganz klar. Der kann sich jederzeit noch ändern, weil das Update ist noch nicht fertig. Ich benutze hier gerade eine unfertige Version. Damals hieß es Bildschirmskizze. Jetzt heißt es Ausschneiden und Skizzieren. Kann sein, dass sich der Name nochmal ändert, weil Nutzer beschweren sich aktuell bereits darüber. Öffnen wir das Ganze mal. Und dann können wir hier oben links auf Neu klicken. Und wir sehen direkt, der Bildschirm wird dunkler und ich kann hier einen Bereich markieren. So, und dieser öffnet sich jetzt hier wieder in der App. Und hier kann ich dann Sachen markieren. Und ich habe alle Vorteile von Windows Ink auch drin. Das heißt, ich kann auch mein Lineal rausholen und ich kann den Stift auch genauer einstellen. Natürlich kann ich den Ausschnitt, den ich gerade erstellt habe, nochmal ein bisschen kleiner machen. Das Ganze kann ich dann kopieren oder als Datei abspeichern. Alternativ noch das Teilmenü nutzen. So, somit hat es das Snipping-Tool ersetzt. Aber es ist noch drin in das Snipping-Tool, wird aber mit der Zeit auch entfernt. Außerdem ersetzt das Tool Windows Shift und S. Denn wenn ich jetzt diese Kombination drücke, seht ihr, oben kommt auch wieder die Toolbar zur Auswahl. Und es öffnet sich prinzipiell das Gleiche. Das heißt, ich schneide jetzt einfach mal wieder hier einen Bereich aus. Nur diesmal öffnet sich nicht automatisch die App, sondern eine Benachrichtigung wird gesendet. Und ich klicke mal auf diese drauf. Und jetzt öffnet sich auch die App. Allerdings muss ich nicht draufklicken. Ich kann die Benachrichtigung einfach ignorieren und kann das dann einfach irgendwo einfügen. Das ist also optional, was sehr, sehr, sehr gut gelöst wurde. Und auch Windows Ink, wenn es sich mal jetzt öffnet, da ist es auch schon. Wenn ich hier draufklicke, öffnet sich auch einfach die App und hat schon vorgefertigt einen gesamten Screenshot von meinem gesamten Bildschirm gemacht. Und wenn ich jetzt die Einstellungen öffne, zu erleichterte Bedienung gehe, dort ist der Punkt Tastatur. Hier habe ich auch den Punkt Verwenden Sie die Drucktaste, um den Bildschirmausschnitt zu öffnen. Jetzt drücke ich einfach einmal Druck und auch hier prinzipiell hat das dann vier Sachen ersetzt. Leider kann man noch kein einzelnes Fenster ausschneiden. Das kommt allerdings noch. Und Windows und Druck existiert auch noch. Außerdem kann ich wie gehabt auch hier frei ausschneiden. Dann ist der Hintergrund transparent. Dann kann ich das Ganze hier in WordPad einfügen. Und es funktioniert so, wie es sollte. Kommen wir mal zu unserem Lieblingspunkt, denn der muss natürlich auch ins Video. Der darf nicht fehlen. Microsoft Edge hat natürlich auch Neuerungen bekommen. Leider nicht so große Neuerungen wie beim letzten Update. Das letzte Update war wirklich riesig. Bei diesem Update hat man sich eher um die feinen Details gekümmert. Was auch nicht schlecht ist. Das kommt dem Warzer auch zugute. Also öffnen wir den mal. Und wir sehen oben direkt die erste Neuerung. Fluent Design. Weil der aktuell ausgewählte Tab wird jetzt mit einem Schlagschatten mehr in den Vordergrund gehoben. Sieht mega gut aus. Außerdem die Symbolleiste ist jetzt auch ein ganz klein wenig transparent. Das sieht man gerade nicht im hellen Design. Und jeder Punkt hat jetzt auch ein eigener Symbol. Apropos Symbole. Die Symbolleiste dort oben. Da können wir jetzt einzelne Punkte auch aus- und einblenden. Beispielsweise Notizen hinzufügen. Falls ich jetzt sage, ich bin am PC, ich mache das nicht, ich brauche nie auf Seiten Notizen hinzufügen. Ich mache keine Markierungen. Dann kann ich das einfach ausblenden und habe dann mehr Platz. Für andere Sachen. Wie zum Beispiel einfach einen schnellen Zugriff zu meinen Downloads einzufügen. Apropos Downloads. Dort kann man jetzt auch im Kontextmenü den Link kopieren. Die Einstellungen wurden jetzt sortiert. Das Ganze sieht jetzt aus wie der Favoriten-Hub. Also wurde im ähnlichen Design gehalten. Und es ist jetzt einfach übersichtlicher, die einzelnen Punkte zu finden. Außerdem unter Erweitert gibt es jetzt hier eine neue Option. Die nennt sich Automatische Medienwiedergabe. Und die tut folgendes. Ich erkläre euch das mal. Es gibt auf Webseiten nämlich, das kennt ihr alle, Videos, die spielen automatisch ab, ohne dass wir auf Play drücken. Das kann manchmal ein bisschen nervig sein. Und bei Zulassen werden einfach alle wie gehabt abgespielt. Dann gibt es einmal den zweiten Punkt, der nennt sich Limitiert. Hier werden Videos zwar auch automatisch abgespielt, müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllen. Darunter gelten, die dürfen kein Ton abspielen. Und sie werden erst automatisch abgespielt, wenn wir mit der Seite interagieren. Das heißt, wir müssen einmal scrollen oder irgendwo etwas anklicken. Das bedeutet, wir werden nicht überrascht von einem lauten Geräusch oder so. Wir erschrecken uns nicht mehr, damit wir vom Stuhl fallen. Sondern damit wird das Ganze vorbeugt. Und natürlich gibt es als dritte Option auch die Möglichkeit, Autoplay komplett zu verhindern. Aber wir sehen hier direkt, da wird auch die Meldung eingeblendet. Einige Webseiten funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Da wird wirklich überhaupt nichts automatisch abgespielt. Wenn ich jetzt beispielsweise auch bei YouTube gezielt ein Video anklicke, wird es nicht automatisch abgespielt. Dann muss ich immer im Player nochmal extra auf Play drücken. So, und ich denke, Limitiert ist ein ganz guter Kompromiss. Wo wir schon bei ungewollten Tönen sind, man kann in Edge bereits Tabs stumm schalten. Das kann man jetzt allerdings immer machen. Vorher mussten sie erstmal einen Ton abspielen. Jetzt kann man schon im Voraus hier stumm schalten. Falls man Geräusche erwartet, wird man nicht überrascht. Überrascht wäre ja ein bisschen blöd, aber ist jetzt auch egal. Machen wir weiter. In der Symbolleiste werden jetzt die meistbesuchten Webseiten angezeigt. Gut, das ist jetzt eine frische Installation. Ich habe gar nicht wirklich gesurft. Deswegen sind hier jetzt nur die Standard-Webseiten. Allerdings wird sich das Ganze noch anpassen. Und auch natürlich der PDF-Reader hat ein paar Sachen bekommen. Denn Edge hat einen wirklich sehr guten PDF-Reader integriert. Womit man sogar Formulare ausfüllen können. Und zwar die Symbolleiste oben wird jetzt automatisch ausgeblendet. Sobald ich allerdings mit der Maus nach oben fahre, wird sie auch schon automatisch eingeblendet. Ich kann das Verhalten aber ändern, indem ich hier auf den Pin anklicke. Und jetzt bleibt sie immer eingeblendet. Außerdem kann ich jetzt Wörter nachschlagen. Indem ich die markiere, klicke ich auf den Punkt. Rechtsklick, dann öffnet sich das Kontextmenü. Dann kann ich das Wort definieren und mir sogar vorspielen lassen. Wart. Perfekt. Außerdem auch eine kleine Sache. Ihr seht es hier auch auf dem Desktop. PDF-Dateien haben jetzt ein neues Symbol, womit richtig sofort einem in die Augen sticht. Okay, das ist jetzt eine PDF-Datei. Das Ganze mit dem Nachschlagen gilt natürlich auch für E-Books, die wir mit Microsoft Edge lesen. Und, oh, sogar die Definition wird bei E-Books sogar sofort automatisch hier dargestellt. Da muss ich nur doppelklicken. Das ist sehr gut. Und es gibt jetzt mehr Möglichkeiten hier, das Ganze darzustellen mit vielen unterschiedlichen Farben. Na gut, wer so lesen möchte, der darf es nun tun. Wer nicht, den kann ich absolut verstehen. Und das war es auch schon mit Microsoft Edge. War gar nicht mal so viel. Allerdings trotzdem sehr schöne Details, die hinzugefügt worden sind. Die Windows-Suche ist eine der Sachen, die die meisten Nutzer echt oft benutzen. Ich benutze sie auch täglich und sie wurde entsprechend jetzt verbessert. Wenn wir sie aufklappen, merken wir sofort, sie ist breiter geworden. Wieso ist sie breiter geworden? Das kommt nicht umsonst von irgendwo her, sondern das hat einen Grund. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Programm suche, wie Editor, dann werden mir rechts mehr Details angezeigt. Die letzten Dateien, die ich geöffnet habe und hier habe ich auch das ganze Kontextmenü mit als Admin ausführen und so weiter. Das gilt dann auch für einzelne Dateien, die ich suche. Hier sehe ich den Speicherort, wann ich das zuletzt geändert habe und kann sogar sofort den Pfad kopieren, was sehr praktisch ist. Wenn ich eine Websuche tätige, beispielsweise ich suche jetzt einfach mal nach Firefox, wird das auch jetzt sofort eingeblendet und ich kann hier, wenn ich mag, auch einen Link anklicken, falls ich jetzt Firefox herunterladen möchte. Und auf der Startseite der Suche wird Cortana nicht mehr angezeigt, sondern es ist jetzt einfach die Suche. Ich habe zwar Cortana aktiviert, aber ihr seht schon, sie hat nur hier unten ihren ganz kleinen Bereich. Wenn ich hier draufklicke, kommt sie auch wieder, allerdings ist sie deutlich in den Hintergrund gewandert. So, genug gearbeitet, es wird Zeit, mal wieder etwas zu spielen. Jetzt möchte ich euch allerdings natürlich nicht die Neuerung von Minecraft zeigen, das wäre ja komplett fehl am Platz, sondern ich möchte euch die Neuerung für die GameBud zeigen. Die hat nämlich eine ganz coole Sache bekommen, deswegen drücke ich einfach mal Windows und G und dann öffnet sie sich auch schon. Und sie hat jetzt einen Lautstärke-Mixer erhalten, sehr praktisch. Ihr kennt das ja sicher auch, falls ihr Spiele spielt. Man redet gerade mit einem Kollegen über Discord oder über Teamspeak. Dann startet man gemeinsam ein neues Spiel und das erste, was kommt, ist ein extrem lauter Ton. Einfach, Spiele sind standardmäßig sehr laut und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Manche suchen dann erstmal die Einstellungen auf und regeln es dort drunter. Oder, was auch viele Leute machen, sie minimieren das Spiel, öffnen den Lautstärke-Mixer und machen es dort leiser. Und das braucht man jetzt nicht mehr machen, man muss jetzt nur noch Windows und G drücken und kann hier schon im Lautstärke-Mixer alles einstellen. Ziemlich praktisch und natürlich sind hier auch weiterhin die gewohnten Features drin, wie Spiele aufzeichnen oder streamen. Nur jetzt wurde alles ein bisschen anders designt. Und wieder befinden wir uns hier im legendären WordPad mit der Bildschirmtastatur geöffnet. Denn diese hat ja bekanntlich eine Autokorrektur mit Textvorschlägen. Das ist ja auch an Tablet-Nutzer gedacht. Und vorher war das eine eigene Autokorrektur von Microsoft bzw. von Windows selber, extra für Windows. Nun hat Microsoft allerdings hier SwiftKey integriert. Das Ganze ist natürlich schwer zu zeigen mit Vorschlägen, die ich hier eingeben kann. Hallo Frau Müller. Hat die Frau mit ihren Eltern zu Besuch? Besuch. Ja, perfekt. Das Ganze wird erst in den Einstellungen deutlich, denn dort können wir unter Eingabe direkt erkennen, wie AI sie unterstützt hat. Und hier sind dann Statistiken, wie viele vorgeschlagene Wörter habe ich genutzt, wie viele Tasteneinschläge habe ich gespart und wie viele Wörter wurden automatisch vervollständigt. Und noch konkreter wird es unter Vorschläge und automatische Korrekturen, denn die Tastatur unterstützt gemischte Spracheingabe, also kann Deutsch und Englisch gleichzeitig korrigieren. Und hier wird auch jetzt speziell der Begriff SwiftKey genannt und hier kann ich halt die Korrektur für die einzelnen Sprachen auch deaktivieren, die ich gerade installiert habe. Microsoft möchte unser Smartphone und unser PC immer weiter zusammenbringen. Das hat sich auch in der letzten Zeit in den Einstellungen gezeigt, denn hier gibt es einen extra Punkt für Telefon und hier können wir unsere Handys verknüpfen. Nun gibt es eine neue Funktion für unser Handy und zwar nennt sich das Ihr Smartphone im Deutschen. Ist nicht der beste Name, auf Englisch heißt es Your Phone. Das ist eine neue App, die ist hier auf dem Desktop angelegt und ich öffne sie mal. Und man sieht direkt, es soll eine Art Portal zwischen PC und Handy sein, womit wir einfach Fotos schnell synchronisieren können. Ihr seht das hier. Das sind alle Fotos, die ich hier auf meinem Handy gerade habe und ich kann sie sofort anschauen. Sie werden dann natürlich von meinem Handy erstmal runtergeladen. Ich kann sie anschauen. Ich kann sie sogar bearbeiten. Und falls ich sie jetzt behalten möchte oder weiterverarbeiten möchte, kann ich entweder Rechtsklick auf Freigeben oder ich ziehe es einfach auf dem Desktop und dann wird es hier gespeichert. Außerdem kann ich noch SMS Nachrichten schreiben. Und das Ganze funktioniert mit einer App, die ihr auf eurem Smartphone installiert. Die heißt Microsoft Apps und da müsst ihr all die Erlaubnisse geben, Microsoft, dass ihr auf alles zugreifen könnt. Und schon könnt ihr Fotos synchronisieren und mit euren Freunden schreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Feature noch erweitert wird. Beispielsweise, dass Benachrichtigungen auch noch synchronisiert werden. Aktuell gilt das aber nur für Fotos und Nachrichten. Trotzdem, sehr nettes Feature tatsächlich. Falls man schnell mal ein Foto übertragen möchte, muss man das nicht direkt in die Cloud speichern. Oder man muss nicht zum Handykabel greifen, sondern kann das so schnell machen. Und für Android-Geräte gibt es ja bekanntlich kein iTunes. Und somit ist man nicht auf Drittanbieter-Software angewiesen. Und natürlich, wie in jedem Windows-Update auch, wurde auch einiges in den Einstellungen gemacht. Das kann ich euch diesmal leider nicht zeigen. Einfach, da Microsoft das noch nicht eingeblendet hat. Dafür gibt es noch keine Inhalte. Wird aber zur fertigen Version dann passieren. Und zwar werden jetzt Vorschläge und Tipps auf der Startseite der Einstellungen angezeigt. Also hier, wo ich mich gerade drauf befinde. Dann würde rechts einfach eine extra Spalte sein, wo steht, Hey, willst du vielleicht deinen Desktop-Hintergrund mal ändern? Dann klicke einfach hier. Das ist einfach für Nutzer gedacht, die sich nicht so gut auskennen, ihnen einfach ein paar Vorschläge zu geben für häufig benutzte Sachen und sie ein bisschen zu navigieren. Außerdem gibt es hier oben eine Suche. Da wurden jetzt deutlich mehr Schlagwörter hinzugefügt. Einfach, damit ich nicht einfach nur den Namen der Einstellungen eingebe, sondern was ich auch wirklich will. Zum Beispiel, ich will meinen Hintergrund ändern. Dann kommt es Windows-Hintergrund, Bild anzeigen oder ändern und so weiter. Für Bildschirme mit HDR gibt es einen neuen Menüpunkt, wo ich erstens sehen kann, mein Bildschirm unterstützt kein HDR, aber hier kann ich das Ganze noch konfigurieren und sehen, ob mein Bildschirm auch richtig erkannt wird mit HDR und so weiter. Das ist ganz praktisch. Außerdem wurden die Sound-Einstellungen ein bisschen erweitert. Kann ich euch leider nicht zeigen. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier ein paar Geräte-Eigenschaften, wie zum Beispiel, ich kann hier direkt meinen Mikrofon-Pegel einstellen. Würde ich euch allerdings das jetzt zeigen, würde die Aufnahme einfach abbrechen. Also mache ich es leider nicht. Lieber nicht. Okay, sie läuft noch. Alles gut. Außerdem gibt es die Speicheroptimierung. Das ist eine wirklich sehr gute Funktion. Und die wurde jetzt erweitert. Die sorgt einfach dafür, dass wenn unser Speicherplatz knapp wird, soll Windows automatisch ein bisschen Müll aus dem Weg schaffen. Das wurde jetzt mit dem Punkt OneDrive erweitert. OneDrive hat nämlich ein Feature, also als erstes, OneDrive ist ein Cloud-Speicher und es hat ein besonderes Feature. Und zwar, wenn man die Datei mit dem PC synchronisiert, ist es so, sie müssen nicht auf dem PC sein. Stattdessen werden dann Platzhalter dargestellt. Also die Datei ist im Explorer, ist allerdings nicht auf dem PC gespeichert. Und erst wenn ich sie öffne, also wirklich brauche, wird sie dann wieder aus dem Internet heruntergeladen. Einfach für Geräte mit wenig Speicher, damit ich nicht immer alles gespeichert haben muss. So, allerdings, die bleiben dann erstmal auf dem Gerät. Man müsste das Ganze dann manuell säubern. Und das kann jetzt Windows für einen übernehmen. Hier kann ich einfach auswählen, dass Dateien, die ich seit 60 Tagen oder seit 30 Tagen nicht mehr genutzt habe, die sollen automatisch gelöscht werden. Bleiben aber weiterhin in meinem Cloud-Speicher natürlich. Und dann kann ich sie jederzeit herunterladen, falls ich sie benötige. Natürlich kann ich auch Ausnahmen festlegen. Falls ich eine Datei nicht oft benutze, allerdings soll die immer offline auf meinem PC sein, kann ich die natürlich markieren mit Bitte nie löschen im Kontextmenü im Explorer. Auch das kann ich euch leider nicht zeigen, da ich mich gerade auf meinem Desktop-PC befinde und hier gibt es einfach kein Bluetooth. Allerdings wird jetzt der Akkustand für Bluetooth-Geräte in den Einstellungen angezeigt. Es gibt in Windows einen Kiosk-Modus und den kann man jetzt genauer verwalten und ist leichter auffindbar und zwar unter Familie und anderen Konten. Sehen wir hier direkt unten zugewiesener Zugriff. Dann richten wir das Ganze mal ein. Also erstmal fügen wir einen Namen hinzu, da es einfach ein neues Benutzerkonto ist, welches wir später auswählen können, womit Windows dann auch automatisch gestartet wird. Und jetzt können wir eine App auswählen. Und diese App wird dann einzig allein im Vollbild-Modus ausgeführt. Das heißt, das ist eigentlich eine Funktion für den öffentlichen Zugriff, damit beispielsweise eure Mitarbeiter oder eure Gäste nur diese eine App nutzen dürfen und keine Schäden am System anrichten. Und neu, man kann jetzt auch Microsoft Edge auswählen. Vorher musste man zu einem anderen Browser greifen. Von Microsoft gab es einen extra Kiosk-Browser im Store. Das wird jetzt nicht benötigt. Und Microsoft Edge unterstützt sogar mehrere Modi. Also entweder ich sage, ja meine Nutzer dürfen Edge vollständig benutzen, so wie sie möchten, oder ich richte das Ganze als öffentlicher Browser ein. Hier darf nur eine Webseite besucht werden. Es dürfen keine neuen Tabs geöffnet werden. Und Funktionen wurden natürlich beschränkt. Ich kann wirklich kaum was machen. Ich kann nicht mal Favoriten speichern. Und wenn ich jetzt beispielsweise etwas runterlade, funktioniert einfach nicht. Und die Sitzung wird dann nach 5 Minuten automatisch beendet. Ich richte mal das Ganze ein. Dann seht ihr direkt, ich muss hier eine URL eingeben. Dann öffnet sich die Seite jedes Mal. Und das Ganze kann dann nach 5 Minuten immer zurückgesetzt werden. Beispielsweise, wenn jemand gerade einen Artikel auf Windows Area liest, oder vom PC weggeht, dann kommt der nächste hin. Und wenn ein Zeitintervall von 5 Minuten besteht, dann wird die Person nicht mehr den Artikel sehen, sondern wird wieder zurück zu Windows Area geleitet. Ganz automatisch. Und wieder eine Sache, die ich euch leider nicht zeigen kann. Aber hier hätte ich es euch zeigen können. Ich habe es auch auf Videoaufnahme. Ich glaube, ich schneide es einfach rein. Genau, ich schneide es einfach rein. Sehr gut. Ich glaube, ich habe die Aufnahme noch. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall besitzt Windows einige Datenschutzeinstellungen, wie unter anderem App-Berechtigungen. Hier kann ich jetzt beispielsweise einstellen, welche und ob Apps überhaupt auf mein Mikrofon zugreifen dürfen. Und dann kann ich hier welche deaktivieren und aktivieren. Und manchmal ist es so, man hat was deaktiviert, weil man es entweder nicht zugelassen hat oder allgemein deaktiviert hat. Und nun, wenn eine App darauf zugreift, eine neue App zum ersten Mal blockiert wird, sendet Windows einfach eine Benachrichtigung, damit ich weiß, aha, es funktioniert nicht korrekt, aber nicht, weil die App scheiße ist, sondern einfach nur aus dem Grund, dass ihr der Zugriff verwehrt wird. Und eine kleine weitere Sache ist wirklich etwas Kleines, nichts Großes. Und zwar wurde die Übermittlungsoptimierung jetzt mehr in den Vordergrund gerückt, unter Update und Sicherheit. Gab es vorher alle schon, war allerdings versteckt unter Windows Update, unter Erweiterte Option, dann Übermittlungsoptimierung, dann nochmal Erweiterte Option. Das war eigentlich so eine Erweiterte Option-Seption. Und zu Recht haben sich Nutzer darüber beschwert. Und zum Glück hat Microsoft das jetzt als eigenen Menüpunkt erstellt. Genau. Und das Feature ist einfach dazu da, hier beispielsweise Downloads von anderen PCs zu lassen. Wenn ich ein Update heruntergeladen habe, aber mehrere PCs besitze und gerade ist eine an, dann zieht sich der PC das Update vom anderen PC und nicht vom Internet. Dadurch wird Datenvolumen gespart und zusätzlich geht das Runterladen einfach schneller, falls man langsames Internet hat. Zudem kann ich in den Erweiterten Optionen einstellen, wie viel Bandbreite einem Update zur Verfügung stehen soll. Und ich habe unter Aktivitätsmonitor auch ein paar Statistiken. Und der letzte Punkt, in den Einstellungen befindet sich unter Erleichterte Bedienung, denn wir können jetzt endlich wieder unabhängig von der Systemskalierung vom ganzen Bildschirminhalt auch die Textgröße verändern. Also machen wir das doch direkt mal auf 225% anwenden. Und so sieht das Ganze auch schon aus. Gut, ist jetzt natürlich alles ein bisschen riesig vielleicht. Wenn man allerdings nicht so gute Augen hat, dann ist das eine gute Alternative zum Systemscaling. Allerdings muss ich das jetzt wirklich unbedingt wieder zurücksetzen, so kann man nicht arbeiten. Natürlich hat sich auch an den anderen Punkten von der Erleichterten Bedienung auch einiges in diesem Update getan, denn Microsoft verfolgt natürlich das Ziel, Windows für alle zugänglich zu machen und somit auch für Menschen mit Behinderungen. Beispielsweise wurde die Sprachausgabe stark überarbeitet, denn hier gibt es jetzt eine Einführung, wo mir Dinge erklärt werden, wie funktioniert das eigentlich, ich kann ein bisschen was ausprobieren und die Tastenkürze wurden überarbeitet. Außerdem kann ich jetzt beispielsweise bei der Bildschirmlupe meinen Mauszeiger in der Mitte zentriert lassen, anstatt dass die Bildschirmlupe meinen Mauszeiger erst verfolgt, wenn ich wirklich an den Bildschirmrand angelange. Darauf gehe ich jetzt allerdings nicht weiter näher. ein, sondern springe dann zum nächsten Punkt. Das war es nämlich auch schon mit den Einstellungen. Ja, wer hätte es gedacht, dass ich einmal über den Editor beziehungsweise über Notepad erzählen darf und was herzeigen darf in einem Update-Video. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, aber tatsächlich hat Microsoft den Texteditor nach 20 Jahren wieder mal etwas aufgefrischt und das freut mich sehr und ich freue mich jetzt euch die Neuerungen zu zeigen. Als erstes sehr wichtig, vor allem für beispielsweise Entwickler, die Zeilenumbrüche von Linux und macOS werden jetzt unterstützt. Das sehen wir auch direkt in der Statusleiste. Hier benutze ich gerade das Format von Windows, würde ich jetzt das von Linux benutzen, würde das da stehen und alles wird jetzt korrekt dargestellt und das freut uns wirklich sehr. Außerdem, wenn ich jetzt ein Wort markiere, zum Beispiel nachschlagen und die Tastenkombination Steuerung und E benutze, dann kann ich nachschlagen, nachschlagen. Sehr cool. Also auf jeden Fall, der Begriff, den ich markiert habe, öffnet sich einfach in einer Bing-Web-Suche. Natürlich würden sich einige Leute jetzt mehr über Google freuen, allerdings ist Bing ein Microsoft-Produkt und es wäre ziemlich komisch, wenn sie die Google-Suche integrieren würden. Ist aber trotzdem eine coole Sache. Und ich lasse einfach mal nachschlagen, markiert, denn wenn ich auf Bearbeiten klicke und dann auf Ersetzen, wird das markierte Wort jetzt automatisch eingefügt, so wie es auch sein sollte. Sehr, sehr praktisch auch. Zudem kann ich mithilfe der Steuerung-Taste und dem Mausrad auch zoomen. Geht natürlich auch mit Steuerung plus minus und mit Steuerung null setze ich alles wieder auf 100% zurück. Zudem unten die Statusbar. Man kennt es, wenn ich jetzt auf Format und die Zeilenbrüche aktiviere, dann wird die Statusleiste eigentlich immer ausgeblendet werden. Das ist jetzt allerdings nicht mehr so. Sie bleibt eingeblendet. Das war ursprünglich eigentlich so, weil die Zählung der Zeilen und Spalten, wofür die Statusleiste eigentlich da war, nicht mehr korrekt war wegen den Zeilenumbrüchen. Darum hat sich Microsoft allerdings jetzt gekümmert. Das Ganze ist jetzt korrekt und somit dürfen wir die Statusleiste behalten. Zudem auch sehr wichtige Sache, wenn ich jetzt Steuerung und die Rücktaste drücke, dann kann ich ganze Wörter entfernen. Vorher wurde ja so ein komisches Viereck nur eingefügt. Wenn ich jetzt die Datei speichern würde, dann wird sich unten die Anzahl der Zeilen und Spalten auch nicht mehr zurücksetzen. Das war vorher ebenfalls der Fall. Und die Performance beim Öffnen von richtig großen Dateien wurde zusätzlich auch noch optimiert. Also ein richtig cooles Update. Hätte gerne auch vorher erscheinen dürfen. Allerdings besser später als nie. Und es ist wirklich ziemlich cool, dass Microsoft das gemacht hat. Sicherheit ist sehr wichtig und sollte an erster Stelle stehen. Und deswegen, ironischerweise, behandeln wir Sicherheit zuletzt. Weil das ist jetzt der letzte Punkt in diesem Video. Macht nichts. Fangen wir einfach direkt mal an. Indem wir Windows Defender öffnen, welches nicht mehr Windows Defender heißt, sondern Windows Sicherheit. Das liegt einfach daran, dass es immer mehr zum Hub für Sicherheit in Windows geworden ist. Denn da geht es nicht mehr nur um den puren Virenschutz. Da wurde jetzt auch die Firewall aktiviert oder solche Sachen wie Hat unser Konto überhaupt ein Passwort? Du darfst Windows Hello einrichten. Funktioniert der Zeitdienst gerade und so weiter. Das ist wirklich... Sogar die Kindersicherung wurde integriert. Wirklich ein zentraler Ort für Sicherheit unter Windows und ob alles wirklich glatt läuft. Dann öffnen wir doch mal Windows Sicherheit. Denn hier gibt es zwei neue Punkte. Einmal unter Viren und Bedrohungsschutz gibt es einmal Ransomware-Schutz. Das ist ja bekannt. Geschützte Ordner. Einfach eine Datei... Wir schützen einfach ein paar Ordner. Unsere eigenen Dateien. Beispielsweise all unsere Nutzerordner, unsere Dokumente und die Krypto-Trojaner, die letztens um die Medien gehen, da sie ja unsere persönlichen Dateien verschlüsseln und diese erst gegen Entgelt wieder entschlüsseln. Diese werden dadurch blockiert, denn worauf sie nicht zugreifen können, was sie nicht bearbeiten können, können sie auch nicht verschlüsseln. Das ist der Zweck dieses überwachten Ordnerzugriffs. Und ich kann hier natürlich auch eigene Ordner hinzufügen. Und bis jetzt war es so, dass die Whitelist wirklich sehr leer ist. Also nicht mal Microsoft eigene Apps werden zugelassen. Alles wird blockiert und ich muss hier erstmal eine eigene Whitelist erstellen. Das war bis jetzt ein bisschen nervig, denn es kam zwar eine Benachrichtigung, wo steht, was das war. Allerdings, wenn ich zulassen möchte, musste ich immer den ganzen Pfad durchsuchen und die Excel manuell hinzufügen. Jetzt gibt es hier einen neuen Punkt. Zuletzt blockierte Apps und hier werden alle zuletzt blockierten Apps dargestellt. Dann kann ich einfach aufs Plus klicken und dann wurde auch schon Taskhost W zu den Ausnahmen hinzugefügt. Allerdings kann ich natürlich auch weiterhin alle Apps durchsuchen und dann öffnet sich der Explorer und dann kann ich mir selbst das Programm suchen. Und zuletzt unter App und Browsersteuerung gibt es den neuen Punkt isoliertes Browsen. Im Endeffekt ist es nur der Windows Defender Application Guard, was dann ein neues Microsoft Edge Fenster öffnet, welches in einem Hypervisor Container läuft. Also komplett abgetrennt von unserem System. Und falls wir eine Webseite besuchen, worauf schädlicher Code ausgeführt wird, kann uns dieser Code nichts anhaben. Allerdings, natürlich, da es so getrennt von unserem PC ist, besitzen wir auch nicht mehr die Favoriten. Downloads werden nicht gespeichert. Ist also wirklich nur etwas für Leute, die wirklich eine Webseite besuchen wollen, denen sie nicht vertrauen. Wobei Downloads kann man mittlerweile, glaube ich, sogar optional auch speichern lassen. Und hier ist noch ein Button, dann können wir das Ganze auch direkt installieren. Da müssen wir nicht unter Programme und Features erst das Ganze aktivieren. Auch sehr cool. Und jetzt möchte ich euch allerdings, bevor ich das Video beende, noch einen Vorgeschmack geben auf den Artikel, wie ich ja bereits am Anfang des Videos sagte. In unserem Artikel werden auf deutlich mehr Punkte eingegangen. Da werden wir auch ein paar Details zeigen. Und das mache ich jetzt auch. Einfach als Vorgeschmack für den Artikel. Zum Beispiel die Fensterrahmen. Die waren ja vorher in Akzentfarbe, also blau, lila, grün. Und jetzt sind sie einfach nur ein ein Pixel breiter schwarzer Rand. Ziemlich cool. Sieht auch viel schöner aus, als vorher. Ist nicht mehr so auffällig. Gilt für neue, sowie auch für alte Apps. Außerdem hat der Taskmanager zwei neue Spalten bekommen. Die sehen wir, wenn wir hier mal nach rechts scrollen. Einmal Stromverbrauch jetzt. Und Stromverbrauch trend. Also der Stromverbrauch in den letzten 10 Sekunden ungefähr. Und RackEdit hat ja mit dem, also erstens RackEdit, was ich gerade auch bemerke. Man muss es gar nicht mehr ausschreiben. Ich kann Rack eingeben und schon kommt der Registrierungseditor. Der hat ja mit einem Update von Windows 10 oben eine Adressleiste bekommen, die ja sehr praktisch ist. Und diese unterstützt jetzt Autocomplete. Das heißt, ich kann hier das Ganze eingeben. Auch sehr praktisch. Eine sehr coole, kleine Neuerung. So, und das war es auch schon mit dem Video. Wir sind endlich am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal habe ich nicht in einem alles durchgemacht, sondern auf Anregungen in den Kommentaren vom letzten Video habe ich diesmal ein paar Cuts gesetzt. Ich hoffe, das Video gefällt euch schon mal besser. Ihr könnt ja mal ein Feedback in die Kommentare lassen. Ich werde alle Kommentare lesen. So, und ich freue mich jetzt endlich was essen zu dürfen, denn ich habe noch nichts zum Mittag gegessen. Also, einfach tschüss und danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis hierhin.